Ja, hallo zusammen, ich bin Dr. Christian Behrendt, ich bin Facharzt für Orthopädie und ich bin Wirbelsäulenchirurg. Wir gehen heute der Frage nach und diese Frage bekomme ich häufig gestellt, ist eine Brustverkleinerung wirklich sinnvoll bei Rücken-Nackenschmerzen? Ja, viele junge Damen kommen zu mir in die Praxis und möchten von mir eine Einschätzung, ob eine Brustverkleinerung möglicherweise ihre Nacken- und Brustwirbelsäulenbeschwerden lindern könnte. Und ich finde es ganz wichtig, dass ich hier als Orthopäde und Wirbelsäulenchirurg wirklich Stellung beziehe, denn hier sind viele Vorstellungen von seiner Brustverkleinerungsoperation wirklich ganz falsch. Eines der Probleme ist natürlich, dass ich als Orthopäde oft sehr spät in diesen Entscheidungsprozess auch eingebunden werde. Viele kommen ja nur zu mir, weil die Krankenkasse die Kosten übernehmen soll und dafür ist eben auch ein fachärztliches, orthopädisches Gutachten oder ein Zeugnis notwendig. Oft sind das aber Patientinnen, die waren überhaupt vorher noch nie da. Da fängt das Problem schon mal an. Das heißt, es wird hier vorausgesetzt, dass die großen Brüste dafür verantwortlich sind, dass die Schmerzen da hinten überhaupt entstanden sind. Und man hätte vielleicht mit einem frühzeitigen Besuch mal beim Orthopäden so schon mal etwas machen können an diesem Problem. Das heißt, wenn ich gefragt werde, ist es oft schon viel zu spät, weil die Entscheidung, die ist schon lange im Kopf gefällt. Dann gibt es verschiedene Gründe, die vielleicht sinnvoll sind für eine Brustverkleinerung. Das ist einmal, wenn der BH oben sehr stark einschneidet. Dann ist es tatsächlich ein Gewichtsproblem der Brust, was dazu führt, dass dieser BH hier oben Schmerzen auf der Schulter auslöst. Und in diesem Fall ist es wahrscheinlich wirklich sinnvoll, über eine Brustverkleinerung nachzudenken, denn das schmerzt teilweise sehr. Die Überlegung, dass wenn die Brüste vorne sehr schwer sind, dass sie einen nach unten ziehen und dass sie verantwortlich sind für Rückenschmerzen, die teile ich nicht so. Denn eigentlich sind wir dafür gebaut, dass wir auch Gewichte aushalten können und dass wir auch natürlich mit vielleicht etwas mehr Brust genauso schmerzfrei leben können. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an die Damen, die man heute nicht mehr so viel sieht, aber es gab früher, so in meiner Kindheit hat man sehr viel noch diese älteren Damen gesehen, die teilweise auch einen sehr großen Brustkorb hatten und die auch eigentlich relativ schmerzlos durchs Leben gelaufen sind. Da muss es irgendwelche hormonellen Umstellungen gegeben haben. Wir sehen das ja heute nicht mehr so, aber auch die hatten nicht unbedingt Schmerzen in ihrer Brustwirbelsäule. Und die Schmerzen in der Brustwirbelsäule, die haben ihre Ursache oft gar nicht durch die Brust, sondern durch unsere Haltung. Und diese Haltung, die wird oft mit den Maßnahmen nicht verbessert, die so im Allgemeinen durchgeführt werden. Das Hauptproblem von Schmerzen, die hier im Bereich Nacken und Brustwirbelsäule bestehen, haben mit dieser Region hier hinten eigentlich sehr, sehr wenig zu tun. Deshalb kommt man ja auch darauf, dass es möglicherweise hier vorne die Brust sein könnte. Aber das, was vorne zieht, ist eben nicht die Brust. Die ist insgesamt vom Gewicht her auch meistens gar nicht so schwer, sondern das, was zieht, das ist zurückzuführen auf unsere falsche Haltung. Das ist ja auch ein Begriff, den wir als Orthopäden sehr häufig hören. Ich habe eine schlechte Haltung. Und diese schlechte Haltung hat auch eine Ursache. Das, was vorne auf der Vorderseite des Körpers zieht und wo diese Muskulatur hinten gegen anziehen muss, das ist etwas, was ganz ursprünglich bei unserer Kindheit schon angefangen hat. Durch unser vieles Sitzen in der Schulzeit, da haben wir damit begonnen, kam es zur Verkürzung verschiedener Muskelgruppen. Das Erste, wenn wir mal oben anfangen, was verkürzt ist, ist unsere Brustmuskulatur und unsere Bauchmuskulatur, dadurch, dass wir immer so sitzen. Das Zweite ist, wir gucken sehr häufig darunter, heute natürlich noch viel mehr mit den Smartphones. Wir gucken den ganzen Tag da drauf, aber auch unsere Elterngeneration hat schon immer nur auf den Fernseher da unten geschaut oder in die Zeitung geschaut. Also das ist eines der Probleme, die dazu führen, dass wir auf der Vorderseite etwas verkürzt sind. Und das Zweite, was die Verkürzung ausgelöst hat, das ist eigentlich sehr weit weg von der Brust, das ist die Oberschenkelmuskulatur, und zwar die vordere Oberschenkelmuskulatur. Durch unser vieles Sitzen ist auch diese Muskulatur sehr stark verkürzt. Wenn wir uns jetzt hinstellen, dann zieht erstmal die verkürzte Oberschenkelmuskulatur unser Becken nach vorne. Und wenn unser Becken ein bisschen weiter unten ist, dann zieht natürlich diese verkürzte Muskulatur vorne uns auch ein bisschen runter. Das heißt, das eigentliche Problem hier oben, was hier oben dann entsteht, wo dann die Rückseite, die rückwärtige Muskulatur gegen anziehen muss, das fängt schon unten beim Oberschenkel an, geht über die Bauchmuskulatur bis da vorne. Und das alles soll dieser Muskel da oben ausgleichen, weil der die ganze Zeit versucht, dagegen anzuziehen und deshalb logischerweise verspannt ist und logischerweise auch schmerzt. Das ist das eigentliche Problem, was diese Muskulatur da hinten zu bewältigen hat. Und die Brust selber ist eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Ich möchte nicht abraten davon, die Brust verkleinern zu lassen. Es kann ja verschiedene Gründe auch geben, warum man das sonst noch möchte. Und ich gebe den Damen, die zu mir kommen, halt immer nur zu bedenken, dass die eigentliche Ursache sich nicht unbedingt dadurch bessert, dass die Brust verkleinert wird. Denn der Zug dieser verkürzten Muskulatur auf der Vorderseite des Körpers, der ist viel, viel stärker als das Gewicht der Brust selber. Und viele Damen, die wirklich aufgrund dieser Schmerzen da hinten sich haben, die Brüste entfernen oder verkleinern lassen, klagen hinterher weiter über diese Schmerzen da hinten, weil das eigentliche Problem nicht abgeschafft ist. Das heißt, es ist vielleicht ein bisschen leichter, vielleicht gibt es eine Erleichterung von 10, 15, 20 Prozent, aber so eine richtige Erleichterung, die geschieht oft nicht, weil die eigentliche Ursache, nämlich die Verkürzung der Vorderseite des Körpers, diese Verkürzung dieser Muskulatur eben nicht abgestellt wurde. Und das ist aber möglich, dass wir hier vorne wieder Länge gewinnen, wieder gerade werden, dann kommt es zu einer Entspannung dieser Muskulatur und wir müssen nicht eine Operation durchführen, die eigentlich nicht das Problem löst, für die es gedacht ist. Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr heikles Thema. Ich möchte auch niemandem zu nahe treten und ich unterstütze auch jede junge Frau darin, wenn sie diesen Wunsch verspürt, eine Brustverkleinerung durchführen zu lassen. Nur aus meiner orthopädischen Sicht muss man einfach sagen, Ich würde erst dafür sorgen, dass wir die Muskulatur vorne erst einmal dehnbar machen. Das ist eine Voraussetzung, dass die Dehnung dann gut funktioniert. Dann muss man es aufdehnen und dann kommt es zu einer Schmerzfreiheit dahinten. Und wenn dann immer noch ein Problem besteht, dass die Brüste immer noch zu groß sind, zu stark ziehen oder dann immer noch ein Restschmerz da ist, dann würde ich das überlegen, ob eine solche Maßnahme wirklich sinnvoll und notwendig ist. Also ich würde den Spieß umdrehen. Ich würde erst einmal dafür sorgen, dass wir die Schmerzen beseitigen und erst danach sozusagen an die Brüste denken. Warum kommen jetzt aber viele junge Frauen und sagen, ich habe schon alles versucht, es hat alles nichts geholfen? Das hat etwas damit zu tun, dass die allermeisten Therapien die Verkürzung der Vorderseite unseres Körpers nicht lösen können. Selbst sehr gute physiotherapeutische Verfahren, auch viele osteopathische Verfahren, alle möglichen Anwendungen helfen nicht. Auch Krafttraining der Rückenmuskulatur hilft nicht, um diese Verkürzung der Vorderseite aufzuheben. Der größte Fehler ist eigentlich, wenn man nur versucht, die hintere Muskulatur zu kräftigen. Denn die Kräftigung dieser hinteren Muskulatur führt eigentlich nur dazu, dass die Wirbelsäule weiter gestaucht wird und dass diese Muskulatur, die eh schon überarbeitet ist, noch mehr arbeiten muss. Also das sind oft einfach die falschen Therapien, die vielleicht alle ein bisschen helfen oder alle eine gewisse Zeit lang helfen, aber das wirkliche Problem ist dadurch eigentlich nicht behoben. Und deshalb glauben ja auch viele, wenn sie die ein oder andere Therapie gemacht haben, dass ihr Problem eigentlich eben nicht auf einer orthopädischen oder muskulären Ebene gelöst werden kann. Und da liegt auch der große Fehler, der auch dazu führt, dass zu viele junge Frauen glauben, dass ihre Brüste schuld sind an den chronischen Schmerzen, die sie da hinten im Bereich der Brustwirbelsäule haben. Und ich möchte euch einladen, auch mir auf diesem Kanal zu folgen, weil ich werde hier auf dem Kanal ganz genau erklären, wie es möglich sein wird, die Muskulatur dehnbar zu machen und aufzudehnen und damit auch schmerzfrei zu werden, auch wenn du glaubst, dass die Brüste eigentlich dafür verantwortlich sein müssten. Ich werde dazu viele, viele Videos machen, denn das sind teilweise völlig unbekannte biomechanische Prinzipien, die dafür verantwortlich sind, dass die Muskulatur vorne kurz gehalten wird. Wenn du Fragen hast zu diesem Thema, würde ich mich freuen, wenn du sie unten in die Kommentare hineinschreibst. Ich werde versuchen, sie zu beantworten. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dein SturfDoc, Dr. Christian Behrend.